So, wir sind hier in Siebolzhausen. Ich bin bei Albrecht Triesel, meines Einer von den Landwirten, die bei unserer Aktion Wir machen Göttingen bunter mitmacht. Albrecht, warum bist du mit dabei? Ja, ich mache Ihnen jedes Jahr Blühstreifen und ich freue mich, dass wir dabei sein könnten dieses Jahr. Und hier machen wir ein Blühstreifen im Grünfeld, nördlich vom Sportplatz Siebolzhausen. Und ich freue mich auf die Aktion. Ja, super. Also es geht jetzt hier so richtig los in Göttingen. Die Blühstreifen werden wir uns im Sommer sicherlich alle noch ein paar Mal angucken können. Wir machen da mit und Göttingen wird gut.